Wie ich in der Klinik vom Bett aus meinen Monitor gesehen habe mit dem Herzschlag, es ging diese Kurve hinauf, dann wieder lange nichts. Da habe ich mir gedacht, tu, tu weiter, Herz, bitte nicht aufhören. Und wenn man da heil herauskommt und dann nicht versteht, wo die Grenzen sind, wird der zweite Herzinfarkt kommen. Die Gefahr zumindest besteht, ich wünsche es keinem. Um zu verstehen, muss man zuhören. Jetzt auf Generali.at mehr zum Thema Gesundheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017